Im Leben ist man entweder Jäger oder Gejagter. Die Armeen des Dämons Anuvin rücken vor. Viele sind bereits gegen sie angetreten. Alle sind sie gefallen. Zwei Söldner stehen weiterhin zusammen und kämpfen Seite an Seite gegen das Böse. Finde sie, schluste sie und töte sie. Cadoc, ein Meister der schweren Waffen, in der Lage jederzeit verheerend zuzuschlagen. Elara, eine Expertin des Fankkampfs. Ihre Pfeile sorgen für tödliche Angriffe aus großer Entfernung. Als Team sind die beiden kaum zu stoppen. Also das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Aber um im erbitterten Kampf gegen die Warga-Horden zu bestehen, müssen sie auch machtvolle Magie einsetzen. Um Gegner anzufrieren, mit Blitzen niederzustrecken und selbst die schrecklichsten Feinde zu vernichten. Gegen Armeen kann ein Einzelner nicht bestehen. Doch zusammen gibt es Hoffnung. Sorgen verursachen nur Falten, alter Mann. Alter Mann? Du bist doppelt so alt wie ich, Elf. Und halb so erwachsen. Hm, und zehnmal hübscher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017